Servus, ich bin der Matthias Atterhofer von Fridolfing. Wir haben einen landwirtschaftlichen Ackerbetrieb zu Hause mit Biogas und haben zum Einsatz die Schädenmöcke und Flügel gehabt. Es war sehr erfolgreich und hat uns sehr gefallen. Es reißt eigentlich alle Stoppen raus, sind sehr klein. Die Fahrgeschwindigkeit umso schneller umso besser, aber eine saubere Arbeit macht es zwischen 12 und 14 kmh. Also die Maschine, die wir gehabt haben, die ist in der schrägen zum Verstellen und in der Länge und umso schräger die Scheiben laufen, umso aggressiver sind und aber auch mehr Leistungsbedarf haben sie. Umso schräger, umso mehr bearbeitet die Fläche, umso lockerer liegt am Anschluss der Acker. Und die Flächenleistung zum Mulcher ist fast die dreifache Leistung. Jetzt sieht man die Stoppeln, die werden durch die Scheibenecke sauber aufgeschlitzt und so ist das Überleben des Maiszünders nicht möglich. Ich bin sehr überrascht über die Leistung und saubere Arbeit der Scheibenecke. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020